Citavi erleichtert Ihnen den gesamten Prozess der Literaturfindung und Verwaltung und unterstützt Sie beim Schreiben Ihrer Abschluss- oder Hausarbeiten. Dank unserer Campus-Lizenz ist Citavi für Sie kostenlos. Erfassen Sie Ihre Literatur wie Bücher, Artikel, Internetquellen etc. ab sofort mit Citavi. Schneller geht es zum Beispiel mit einer ISBN, per Drag & Drop oder dem Citavi Picker. Sie können aber auch Ihre Suche von Citavi aus starten, indem Sie den Katalog abfragen und die gefundenen Titel direkt übernehmen. Wenn Sie möchten, dann können Sie direkt die Standorte ermitteln und die Verfügbarkeit prüfen oder in vielen Fällen sogar die Volltexte herunterladen. Auch Internetquellen können Sie mithilfe von Citavi speichern und erfassen. Sie können Ihre Arbeit mit Kategorien strukturieren, welche auch als Grundlage für die Gliederung dienen können. Wenn Sie Ihre Texte in Citavi sammeln, können Sie diese direkt markieren und Zitate entnehmen, sogar Bilder. Gedanken, die Ihnen während der Arbeit kommen, können Sie ebenso erfassen wie Kommentare. Damit nichts vergessen geht, können Sie anstehende Aufgaben wie zum Beispiel die Ausleihe in der Bibliothek planen und in einer Liste ausgeben. Das Citavi Word Add-in schafft die perfekte Verbindung zu Ihrer Sammlung. Fügen Sie Quellen und Zitate ein. Das Literaturverzeichnis wird automatisch im gewählten Zitationsstil einheitlich eingefügt. Wenn Sie mehr erfahren wollen, schauen Sie sich unsere Tutorials an, besuchen unsere Schulungen oder die Citavi Sprechstunde. Alle Infos finden Sie bei uns im Internet.